Wenn unser Glaube nicht besiegen kann, dann sind wir jenseits von Edem. Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist, den man niemals erreicht, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn unser Glaube nicht besiegen kann, dann sind wir jenseits von Edem. Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist, den man niemals erreicht, dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir umsonst gelebt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020